Wir sind aus unserem Symmetrical Triangle nach unten ausgebrochen in Richtung 30.000 und jetzt ist die große Frage, brechen wir weiter aus, was ist überhaupt gerade los? Sollte man kaufen? Sollte man verkaufen? Welche News bestehen am Markt? Das schauen wir uns heute wie immer in einer neuen Folge Crypto News an. Falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge und dann würde ich sagen, let's do this. Also Leute, vorab, ich entschuldige mich, dass ich gestern kein Video hochgeladen habe. Ich bin einen Tag nicht da und die News, die wir haben, ich habe eine Liste, die geht bis 11 Punkte. Da nimmt man sich einmal frei und die News häufen sich derartig. Zudem ein sehr, sehr wichtiges Ereignis, ein großes Ereignis und zwar sind wir aus diesem Symmetrical Triangle nach unten hin ausgebrochen und wie man jetzt schon sieht, hier im Seitenprofil des Volumens ist da jetzt wirklich nicht mehr viel zu holen. Das Volumen, Seitenprofil verdünnt sich, bis dann gar nichts mehr quasi da ist. Wenn wir uns das Ganze mal auf dem Daily Chart ansehen, dann sehen wir, gut, hier ist noch ein bisschen was rund um die 30k und die 30k ist auch eine sehr, sehr große und wichtige mentale Grenze, würde ich sagen. Aber dann bis runter hier zu den 24k ist da einfach nicht mehr viel. Lustigerweise deckt sich das Ganze sogar mit dem technischen Target von diesem Symmetrical Triangle. Wenn man das Ganze hier runterzieht, dann geht das in Richtung 23.000. Ob das jetzt genauso passieren kann, kann euch kein eingezeichnetes Dreieck im Chart vorhersagen. Aus technischer Sicht zumindest war das hier relativ eindeutig. Es ist nämlich nun mal so, dass dieses Pattern laut technischem Handbuch ein Continuation Pattern ist. Was bedeutet, dass der Trend, der vorher schon Bestand hatte, einfach weitergeführt wird, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieser Trend weitergeführt wird. Und da unser Trend eindeutig fallend war, bevor dieses Pattern eingetreten ist, war das hier ja eigentlich abzusehen. Aber ihr wisst ja so oder so, dass ich dennoch fundamentaler Dinge bin und dementsprechend technische Analyse nach hinten stelle. Ich wollte nur noch mal das Ganze abgedeckt haben für unsere Daytrader hier unter uns. Ich würde sagen, lass uns jetzt mal zu den wichtigen News kommen, denn was ist passiert? Es ist so viel passiert. Ganz zu Beginn erstmal. Es gab Elon Musk News. Ja, Anonymous, die Hackergruppe, das Hacker-Kollektiv, das infamose Hacker-Kollektiv, hat ein Video auf YouTube scheinbar veröffentlicht. Der einzige Grund, warum ich das hier erwähne, ist, weil anscheinend auch die Tagesschau und alle anderen Mainstream-Medien das erwähnen. Und aus irgendeinem Grund wird das Video sogar von YouTube selber nicht empfohlen, das originale Video. Es kommt jedenfalls vom offiziellen Anonymous-Account, der auch einen blauen Haken hat. Ob jetzt wirklich die Hacker-Gruppe dahinter steckt, das sei mal so dahingestellt. In dem Video geht es darum, dass sie sauer sind auf Elon Musk. Ich weiß nicht, wer da liquidiert wurde. Aber Elon wird als narzisstischer, reicher Kerl bezeichnet, der einfach nur die Aufmerksamkeit möchte. Und viele Leute sind gerade eh sauer auf Elon Musk. Deswegen hat sich das ganz gut geeignet. Ob das jetzt hier relevante News sind, finde ich nicht. Ich finde, es ist albern, sowieso irgendeine Warnung auszusprechen. Wenn du etwas machen möchtest, dann mach es doch einfach. Ich fand das Video auch so ein bisschen überdramatisiert und überzogen und richtig theatralisch, könnte man sagen. Das würde kein sich selber ernstzunehmender Mensch so veröffentlichen. Ihr müsst es euch auch nicht anschauen, weil alles, was da erwähnt wird, das wissen wir eigentlich eh schon alle. Jedenfalls sehe ich die Wahrscheinlichkeiten als sehr, sehr gering, dass das irgendwelche Konsequenzen für Elon Musk haben wird. Da muss ich jetzt Leute enttäuschen, die anscheinend ganz sauer mit Heugabeln schon sich gefreut haben, sich auf Elon Musk stürzen zu können. Ich glaube, der Grund, warum das von Mainstream-Medien jetzt so aufgegabelt und aufgegriffen wird, ist einfach nur, weil es schön negative Neuigkeiten sind. Ja, es ist schön Drama, schön Beef und das wird immer gerne groß gemacht. Viel wichtiger als diese irrelevanten Anonymous-News sind die ganzen Länder, die jetzt plötzlich mit El Salvador nachziehen, beziehungsweise vermutlich nachziehen werden. Wir haben es ja schon besprochen. Ich war komplett müde in dem Video, weil ich es nachts aufgenommen habe. Aber El Salvador wird als erstes Land den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Es ist noch nicht so weit, aber der Bill wird bald dem Kongress übergeben. Und da El Salvador relativ autoritär ist, wird das, was der Präsident dort macht, vermutlich auch umgesetzt. Und dem haben ein paar andere Politiker gefolgt. Als erstes haben wir einen brasilianischen Politiker. Der hat einfach ein Laseraugen-Profilbild gemacht, falls ihr gar nicht wisst, was diese Laseraugen bedeuten. Das ist so ein Meme, dass ich weiß gar nicht, wer das angefangen hat, aber irgendwer hat das angefangen. Und da sollten alle Laseraugen auf ihr Profilbild machen, bis Bitcoin dann bei den 100.000 ist. Bisher hat das nicht so ganz funktioniert mit diesen Laseraugen. Jedenfalls ist es ein Zeichen dafür, dass man pro Bitcoin ist. Und zwar Fabio Ostermann, Vorsitzender der Party New 30 in der brasilianischen Gesetzgebungsversammlung des Bundesstaates Rio Grande Sol. Das ist schon mal toll zu hören, schön zu hören. Wer kommt als nächstes? Wen haben wir noch? Noch ein brasilianischer Politiker. Gilson Marquez war berichten zufolge auch der erste brasilianische Parlamentarier, der selbst im Parlament erklärte Steuern sind Diebstahl. Interessante Aussage an dieser Stelle. Dann neben Brasilien haben wir hier Panama, ein Kongressabgeordneter in der Nationalversammlung von Panama. Der hat so ein bisschen was geschrieben. Der hat jetzt keine Laseraugen gemacht, aber hat geschrieben, Panama darf nicht zurückgelassen werden und stellt einen Antrag für eine Bitcoin-begünstigte Gesetzgebung. Das ist auch sehr, sehr gut. Also Lateinamerika, die sind am Machen. Und wenn wir hier weitergehen, Argentinien. Der National Deputy von Neuquen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber er schreibt, ich kann es nicht glauben, aber so ist es und postet sein Profilbild auch mit Laseraugen. Und wen haben wir noch? Paraguay. Ihr merkt schon, alles hier in diesem südamerikanischen Bereich. Das ist der Deputy of the Nation und Member des Kongresses von Paraguay. Und er hat gesagt, er beginnt jetzt damit an einem Projekt zu arbeiten für die Bitcoin-Adoption mit PayPal. Das habe ich sogar getweetet auch. Was hier einfach zusammenfassend zu sagen ist, ist, dass El Salvador damit einen Stein ins Rollen gebracht hat. Es waren so unglaubliche Neuigkeiten, dass ich um vier Uhr nachts dieses Video noch aufgenommen habe. Und es ist nach wie vor unglaublich, dass ein Land den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen will und es offiziell zu Geld macht. Wir sehen hier eine Karte mit Ländern, die Bitcoin vermutlich als gesetzliches Zahlungsmittel annehmen werden. Und aktuell ist der einzige orangene Punkt, den wir hier haben, dieser kleine Fleck hier. Und das ist El Salvador. Wer weiß, wann diese Karte komplett orange wird. Aber ich sage es euch so, wie es ist, das ist unser kleiner Funken, der unser Feuer entfachen wird. Und entsprechend dieser Neuigkeiten musste sich jemand ganz, ganz dringend auch noch schnell dazu äußern. Und zwar Donald Trump. Und Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, hat den Bitcoin als Scam, als Betrug bezeichnet gegen den Dollar. Er hat seinen Standpunkt relativ klar gesagt. Er hat gesagt, Bitcoin, it just seems like a scam. I don't like it because it's another currency competing against the Dollar. Oder was ich da schon mal rausgehört habe, okay, also Bitcoin ist jetzt eine Währung, die mit dem Dollar konkurriert. Und Trump sagt, er möchte, dass der Dollar die Währung der Welt wird. Natürlich, weil er natürlich seine Macht und seine Power nicht verlieren möchte. Beziehungsweise nicht möchte, dass Amerika seine Power verliert. Und das Risiko natürlich immer, immer größer wird. Klar, der Kurs ist jetzt so und so viel gefallen. Ja, wir sind jetzt hier so und so viel Prozent gedippt. Können wir uns ja mal nochmal hier anschauen, um es uns vor den Augen zu halten. In 50 Prozent sind wir gefallen. Aber wenn jetzt plötzlich diese ganzen Länder, die auch Probleme mit dem Dollar haben, teilweise El Salvador hatte ja nur den Dollar, die hatten ja gar keine eigene Währung. Jetzt sagen, nö, wir machen unser eigenes Ding und wir nutzen Geld, wo ihr gar keinen Einfluss drauf nehmen könnt, weil es dezentrales Geld ist. Dann hat natürlich Amerika so ein kleines Problem, so langsam. Und Donald Trump, der ist da natürlich sehr, sehr pro Amerika und sehr, sehr laut. Der äußert sich auch oft relativ unüberlegt. Natürlich ist das nicht der feine Weg. Der feine Weg ist, das Ganze anders zu untermauern. Mit Gesetzgebung, mit Regulation, mit Gefahren, die dann entstehen. So wird es vermutlich die Amtierende der amerikanischen Regierung machen. Aber was ich hier deutlich schön zu erkennen finde, ist dieser Angriff, der jetzt auf Kryptowährung stattfinden wird. Ich habe schon oft davon gesprochen, das wird nicht ohne Widerstand passieren, dass wir einfach kommen und das Geldsystem verändern. Weil hart auf hart gesagt, ist das genau das, was hier passiert. Langfristig gesehen ist das ganz unaufhaltbar, ist es unabdingbar und bin mir sicher, dass für die nächste Generation vor allem auch diese ganzen Kryptowährungen als unabdingbarer Zukunftsschritt gesehen werden. Aber es ist noch ein steiniger Weg dahin. Lasst euch auch nicht von so Aussagen von Trump verunsichern. Was das jetzt für den Kurs alles bedeutet, dazu komme ich eh gleich nochmal. Ich werde euch am Ende sowieso nochmal meine Kursprognose geben und meine Tipps, wie ihr euch in welcher Situation, also entsprechend der Situation, in der ihr euch befindet, mit was für Geld, mit welchem Geld ihr wo drin seid, werde ich euch Tipps geben, wie ihr euch verhalten solltet. Natürlich kein Finanzberater, aber vorher noch mehr News. Es sind nämlich so viele wichtige Neuigkeiten. Nach diesem ganzen Trump-Ding hatten wir nochmal so ein bisschen Fad darüber, dass die FBI angeblich eine Bitcoin-Wallet gehackt hat, was aber nicht stimmt. Und zwar um da den Kontext zu geben, es gab einen Hackerangriff, nicht von der FBI, sondern von angeblichen russischen Hackern, auf die größte Benzin-Pipeline in den USA. Die wollten dann Lösegeld dafür haben, dann hat die amerikanische Benzingesellschaft denen das Lösegeld in Bitcoin gegeben und die FBI hat irgendwie einen Teil dieser Bitcoin zurückbekommen können. Dabei ging es um 63,7 Bitcoin. Und das Ganze wurde jetzt so vermittelt und dargestellt, als hätte das FBI eine Bitcoin-Wallet gehackt und sich da irgendwie Zugriff beschaffen. Das stimmt jedenfalls nicht und Adam Beck hat das gut in einem Tweet entkräftet. Und zwar sagt er, no Bitcoin-Wallet was hacked, nor is even known to be possible. Es ist gar nicht möglich. Damit meint er, dass der Encryption-Algorithmus von Bitcoin, dieses SHA-256, für derzeitige Computer auf jeden Fall unhackbar ist. Diese Hacker haben anscheinend gemietete Cloud-Server benutzt und FBI hat sich einfach Zugriff zu diesen Cloud-Servern beschafft und dann hatten sie es. Also keine große oder besondere Story, hat nichts mit dem Bitcoin zu tun, es waren einfach Idioten. Das zu den FBI-News, also Bitcoin wurde nicht gehackt. Als nächstes eine Neuigkeit, die jetzt auch relativ relevant ist und zwar konnten wir beobachten, dass im Zuge dieses Dips, der jetzt ja hier passiert ist, bevor er passiert ist, sich relativ viele Short-Positionen, vor allem auf amerikanischen Börsen, konnten wir feststellen, dass relativ viele Short-Positionen auf Bitfinex eröffnet wurden, bevor dieser Dip passiert ist. Wir können ja mal hier genau schauen, wann das genau war. Ab 18 Uhr, 6. Juni bis ungefähr 7. Juni, 8 Uhr, da haben sich die Short-Positionen gehäuft. Und wenn wir uns den Kurs anschauen, da war der Kurs hier noch in diesem Bereich. Also die Short-Positionen sind kein Ergebnis davon, sondern die sind hier entstanden. Das heißt, dieser Lag nach unten wurde scheinbar stark antizipiert. Oder ist es ein geplanter Manipulationsversuch? Es besteht ja auch weiterhin die Theorie im Raum, dass wir uns, wie wir uns oben schon bei einer Wyckoff-Distribution verhalten haben, jetzt gerade bei einer Wyckoff-Akkumulation sind und jetzt entsprechend hier in Phase C sind, wo dann der Kurs nochmal ganz eklig runter geht, bevor er dann wieder nach oben geht. Dazu kommt eh nochmal ein separates Video. Ich wollte nur nochmal kurz erwähnen. Als Möglichkeit im Raum würde das auf jeden Fall bestehen, dass man jetzt eben hier versucht, den Kurs so weit zu drücken, wie es geht, um dann eben in die nächste Phase einzuleiten. Aber wie gesagt, kommt noch ein Video dazu, lasst ein Abo da, damit ihr das Video nicht verpasst. Wichtig zu beachten ist hier, dass so viele Shorts, also wir haben hier 6.867 Bitcoin Shorts. Umgerechnet sind das 216 Millionen US-Dollar. Wenn wir uns das anschauen, vergleichbar war das Ganze hier da mit dem 17., 16., 18. Mai, also diesem Ereignis. Da wurden die Shorts natürlich auch vorher schon aufgemacht. Das heißt, das Ganze wurde antizipiert an dieser Stelle. Entsprechend wussten da einige Leute, dass oder was jetzt hier passieren wird. Viel wichtiger aber als diese ganzen Shorts sind wieder Bullish-News. Ich weiß, wir wechseln irgendwie hier zwischen bärisch-bullisch. Erstmal irgendein FUD mit Elon, dann ganz viele Politiker aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern, die plötzlich auch alle zum Bitcoin kommen. Dann Trump, der Bitcoin als Scam bezeichnet. Dann FBI-Hack-Gerüchte. Bis hin zu diesen Shorts, die sich stapeln. Aber jetzt kommen wieder Bullish-News, denn MicroStrategy und Michael Saylor, einer der größten Bitcoin-Wahle, will jetzt weitere 400 Millionen US-Dollar für Bitcoin einsammeln. Das Ganze macht er über sogenannte Senior Secured Notes. Das heißt, er raised das Geld. Das ist quasi eine Bitcoin-Option. Das Wichtige ist dabei, dass das Geld der Investoren ihr gesamtes investiertes Kapital plus Zinsen zurückerhalten. Das Ganze hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Und der Bitcoin müsste bis zum Jahr 2028 55.000 Dollar wert sein, damit sie Breakeven sind. Bis 2028 ist das verdammt viel Zeit und wird auf jeden Fall auch passieren. Michael Saylor ist ja da so ein Verfechter von, leiht euch so viel Geld, wie ihr könnt und kauft Bitcoin, weil US-Dollar verliert eh nur an Wert durch Inflation. Bitcoin nicht. Das ist das Smarteste, was du machen kannst, weil das, was du dann an Zinsen zurückzahlen musst, ja dann weniger wert ist, als du es aufgenommen hast vorher. Grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen, so auf Long-Term. Aber ich würde keinem von euch empfehlen, jetzt, wenn er kein Geld hat, sich nochmal Geld zu leihen, um Kryptowährungen zu kaufen, Leute. Jedenfalls werden aber, was interessant ist, diese Bitcoins, die akkumuliert werden jetzt, wenn dann eben diese 400 Millionen geraced sind, als Fund zurückgelegt. Das heißt, falls Liquiditätsprobleme bestehen, werden diese Bitcoins an die Investoren geben, die dann wahrscheinlich diese Bitcoins abstoßen werden. Es ist so ein bisschen schwierig, das Ganze zu beurteilen. Michael Saylor muss 26 Millionen im Jahr zurückzahlen. Aber ansonsten, wenn Bitcoin über 55.000 Dollar ist, macht er nur noch Gewinn damit. Und ich persönlich sehe den Bitcoin auch weit über 55.000 in sieben Jahren. Also wir haben hier 400 Millionen, die jetzt bald wieder in Bitcoin fließen, entgegen zu diesen 6.874 Shorts, was 200 Millionen nur sind. Deswegen, Leute, versucht zu beurteilen, was hat mehr Gewichtung. Als nächstes auch etwas sehr, sehr Bullisches wieder an dieser Stelle. Und zwar wurden gestern 22.550 Bitcoins insgesamt von allen Exchanges ausgezahlt. Das ist der größte Net-Outflow, also unterm Strich vom gesamten Jahr bisher. Das ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr Bullisch. Aber man muss da auch vorsichtig sein, das ist eher langfristig zu betrachten. Ja, nicht kurzfristig. Kurzfristig haben Onchain-Daten keinen direkten Einfluss auf die Charts. Beziehungsweise kann man da nicht verallgemeinern. Manche schon, manche nicht. Die Outlaws haben sich bisher nicht dazu erwiesen, immer dann einen Preisanstieg zu bedeuten. Aber langfristig gesehen heißt das auf jeden Fall einfach grundsätzlich, dass Leute Bitcoins kaufen und auszahlen. Weil alle kaufen ganz, ganz viele Bitcoins, ja, 22.000 insgesamt und zahlen diese aus. Was übrigens auch immer noch mehr ist als diese 6.000 Shorts, die wir hier auf Bitfinex haben. Also auch sehr, sehr Bullische News. Und jetzt fragt ihr euch, hä, warum bewegen denn diese ganzen Bullischen News? Michael Saylor, 400 Millionen, der größten Outlaws des Jahres. Die ganzen Länder, die jetzt auch plötzlich und die ganzen Regierungsangestellten, die plötzlich pro Bitcoin sind. Warum hat das keinen Einfluss auf den Markt und warum fallen wir die ganze Zeit weiter? Und dafür habe ich diesen Tweet. Um nämlich nochmal zu recappen. Bitcoin wurde nicht geägt vom FBI. Bitcoin ist kein Scamp, wie Trump es behauptet hat. Bitcoin wurde nicht gebannt, wie China oder diese Gerüchte aus China kamen. Und Bitcoin ist nicht den Planeten am Zerstören, was ja so ein bisschen aus Elons Ecke kam. Tesla hat immer noch nicht verkauft, was auch aus Elons Ecke kam. MicroStrategy kauft eben mehr. El Salvador und Lateinamerika sind dabei, den Bitcoin zu adoptieren und so weiter. Also eigentlich besteht unsere fundamental Bullische Narrative nach wie vor. Das heißt, was passiert hier? Ja, es ist relativ eindeutig. Der Kurs wird runter manipuliert. Und dazu hat unser guter Freund, und zwar der Präsident von El Salvador, einen Tweet verfasst, lustigerweise zwei Tage bevor genau das jetzt hier passiert ist. Und zwar am 6. Juni. Und zwar hat der Präsident von El Salvador geschrieben, Also er sagt hier, dass einige mächtige Interessen versuchen werden, diesen historischen Bitcoin-Move zum Versagen zu bringen. Sie wissen, was es für sie bedeutet, wenn es erfolgreich ist, aber es wird erfolgreich sein. Was auch so ein bisschen auf das deutet, was ich zum Thema Trump gesagt habe. Ich finde es interessant, dass er sowas zwei Tage vorher tweetet. Ich finde es interessant, dass 400 Millionen hier, 22.000 Bitcoin hier, gar nicht irgendwie erwähnt werden, aber diese 6.900 Shorts so groß und dick aufgetragen werden. Für die, die meine Videos schon schauen, die Puzzleteile, die ergänzen sich immer nur weiter und weiter. Ich würde sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu meiner persönlichen Prognose, ja, zu meinem persönlichen Fazit zu dem Ganzen und meinen persönlichen Tipps an euch, was ihr machen solltet, wenn ihr wie investiert seid. Also erstmal, ganz bevor ich irgendwas dazu sage, falls ihr noch gar keine Bitcoins habt, Leute, das ist der perfekte Zeitpunkt. Kauft den Dip und hodelt einfach. Und falls ihr Bitcoins habt und irgendwie jetzt in die Bredouille kommt oder denkt, hm, soll ich verkaufen, weil Trump bezeichnet das Ganze ja auch schon als Scam, Leute, macht es nicht, lasst euch da nicht raus manipulieren. Verkauft eure Bitcoins nicht für günstiger an irgendwelche großen Wale, die einfach nur darauf warten, dass ihr das verkauft. Lasst euch nicht manipulieren. Die Narrative besteht nicht. Fundamental gesehen hatten wir die größten Neuigkeiten für den Bitcoin eigentlich seit Existenz. Das, was wir hier erleben, sind eben mächtige Interessen, die versuchen, das herauszuzögern, das zu verhindern, sich selber vielleicht einen besseren Entry zu beschaffen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich einsehen, dass dieser Kurs erstmal einen Punkt erreicht hat, bei dem es schwierig ist, wieder rauszukommen. Ich sehe da auf jeden Fall kein V-Shape Recovery. Ich habe es aber auch schon vor Wochen gesagt. Ich habe euch vor Wochen in meinen Videos gesagt, ich erwarte hier einen Double Top, so wie 2013. Ich erwarte eine längere Konsolidierungsphase, bis wir dann irgendwann Ende des Jahres, beziehungsweise vielleicht sogar 2022, das nächste Allzeithoch bestreiten. Und ich glaube, es ist an sich auch nichts Schlechtes, weil nicht nur die Mächte, die versuchen, das Ganze hier zu drücken, rausgeschickt werden, sondern alle Weak Hands. Leute, die eben diesen einen Cycle mitgemacht haben müssen, um zu verstehen, dass sie hätten nicht verkaufen sollen. Die werden es dann verstanden haben, hoffentlich. Außerdem haben auch gute Leute, Milliardäre oder Leute, die halt eben schon gezweifelt haben, lange jetzt die Möglichkeit, sich dann günstiger einzukaufen. Langfristig gesehen ändert sich nichts. Langfristig gesehen hatten wir die besten Neuigkeiten seit langem. Langfristig gesehen sind wir on track. Das heißt, bitte verkauft nichts aus eurem Hoddling-Portfolio. Versucht Dollar-Cost-Averaging, wie lange das jetzt anhalten wird, dieser kleine Bärenmarkt, das kann euch keiner genau sagen. Natürlich kann man nichtsdestotrotz auch nicht nur als Hodler, sondern als Trader aktuell Profile machen. Also als Hodler, mein Tipp an euch, hordelt einfach, macht euch keine Sorgen. Versucht Dollar-Cost-Averaging einfach langsam stetig mehr zu akkumulieren. Also macht das, was die Wale machen, akkumuliert einfach langsam in kleinen Schritten so viel, wie ihr könnt. Falls ihr Trader seid, versucht euer Risiko zu begrenzen, setzt mehr Stop-Losses. Und falls ihr neu im Trading seid, würde ich euch sogar empfehlen, das Ganze erstmal ganz zu lassen, weil die Volatilität so hoch aktuell ist, dass es deutlich schwieriger ist, da die richtigen Trades zu finden. Vor allem für unerfahrene Trader. Ich trade selber aktuell auch noch und ich werde auch bald Videos zu meinen Futures-Trades, zu meiner Lieblingsplattform, zu meiner Herangehensweise bei dem Ganzen, werde ich alles noch veröffentlichen. Aber mein gut gemeinter Tipp an 99% aller Trader, macht es besser nicht. Falls ihr es machen wollt, beschränkt euer Risiko. Nicht zu viel hebeln, Maximum 3 bis 5x, würde ich sagen, in diesen Märkten. Und immer mit Stop-Losses. Grundsätzlich an jeden anderen geht raus, investiert kein Geld, auf das ihr angewiesen seid, was ihr für irgendwelche Nebenkosten, Ausgaben oder monatliche Kosten braucht, weil sonst seid ihr zwangsläufig Weekends, macht es nicht, tut es euch selber nicht an, diesen emotionalen Druck dann erleben zu müssen. Und solange ihr nicht verkauft habt, habt ihr auch nichts verloren. Ihr habt ja noch die gleiche Anzahl an Coins, die Coins werden, und das sage ich euch hier mit zu 100% aus, ihr habt jetzt irgendeinen ganz, ganz großen Müll gekauft. Die meisten Coins werden auf jeden Fall die Allzeithoch wieder erreichen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit. Bleibt ruhig, verkauft nicht alles. Ich habe das Ganze schon dreimal mitgemacht, deswegen bin ich da ein bisschen gelassener. Ich glaube, das ist wirklich so ein Experience, da muss einfach irgendwie jeder mal durch, damit er es wirklich fühlen kann und dementsprechend seine Handlungen vielleicht ein bisschen rationalisiert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, zusammengefasst, HODL, nicht zu viel Risiko, einfach abwarten und verbrennt nicht eure Coins. Lasst euch nicht manipulieren, abonniert vor allem den Kanal, damit ihr nichts verpasst und nicht eben sowas wie Panik-Selling betreibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Peace!